Nachdenkseiten Die kritische Website Bruch des 2-plus-4-Vertrags Pistorius eröffnet NATO-Hauptquartier in Rostock Von Florian Warwick Nächste Woche wird Verteidigungsminister Boris Pistorius offiziell ein neues regionales NATO-Hauptquartier in Rostock eröffnen. Dieses soll künftig alle Einsätze der NATO-Kriegsmarine im Ostseeraum steuern. Dafür werden Soldaten aus allen NATO-Anrainerstaaten an die Warnow versetzt. Dies widerspricht unmittelbar dem 2-plus-4-Vertrag, welcher eine Stationierung oder auch nur Verlegung von ausländischen Streitkräften in Ostdeutschland unmissverständlich untersagt. Am 12. September 1990 wurde der sogenannte 2-plus-4-Vertrag, amtlicher Titel Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, zwischen den beiden deutschen Staaten und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges, UdSSR, USA, Großbritannien, Frankreich unterzeichnet. Er stellte laut der Bundeszentrale für politische Bildung BPB die endgültige innere und äußere Souveränität des Vereinigten Deutschlands her. In diesem für Deutschland zentralen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, der auch als de facto Ersatz für einen bis heute nicht existierenden Friedensvertrag nach Kriegsende 1945 dient, steht unmissverständlich in Artikel 3 Absatz 3, dass ausländische Streitkräfte auf dem Gebiet der ehemaligen DDR weder stationiert noch dorthin verlegt werden dürfen. Zitat Nach dem Abschluss des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins können in diesem Teil Deutschlands auch deutsche Streitkräfteverbände stationiert werden, die in gleicher Weise militärischen Bündnisstrukturen zugeordnet sind wie diejenigen auf dem übrigen deutschen Hoheitsgebiet, allerdings ohne Kernwaffenträger. Darunter fallen nicht konventionelle Waffensysteme, die neben konventioneller andere Einsatzfähigkeiten haben können, die jedoch in diesem Teil Deutschlands für eine konventionelle Rolle ausgerüstet und nur dafür vorgesehen sind. Ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem Teil Deutschlands weder stationiert noch dorthin verlegt. Zitat Ende Doch genau diese gegen den 2-plus-4-Vertrag verstoßende Stationierung ausländischer Soldaten auf dem Gebiet der ehemaligen DDR sieht das neue NATO-Hauptquartier Command Task Force Baltic, CTF Baltic in Rostock vor. So berichtet unter anderem die Ostsee-Zeitung OZ unter der Überschrift Aus Angst vor Russland NATO eröffnet neues Hauptquartier in Rostock. Zitat Zitat Ende Weiter heißt es in der OZ zu der gegen den 2-plus-4-Vertrag verstoßenden Versetzung von ausländischen Streitkräften in die ostdeutsche Hauptstadt, die das Blatt mit keiner Silbe problematisiert. 100 Soldaten versehen dort ihren Dienst, rund ein Viertel davon bereits von verbündeten Streitkräften. Das Sagen im NATO-Hauptquartier wird ein deutscher Konteradmiral haben, Stellvertreter wird ein schwedischer Flottillenadmiral. Zitat Ende Und erneut, Zitat Sicherheitslage in der Ostsee verschlechtert sich. Die sogenannte Command Task Force Baltic, CTF Baltic, ist eine Reaktion des Bündnisses auf den russischen Überfall auf die Ukraine und das zunehmend aggressive Verhalten Russlands gegenüber den NATO-Staaten an der Ostsee. Das Ostsee-Hauptquartier der NATO wird an das Einsatz- und Führungszentrum der deutschen Marine angegliedert. Zitat Ende Und Zitat Manuela Schwesig, SPD Es ist wichtig, dass wir gemeinsam für Sicherheit sorgen. Das schwedische Militär veröffentlichte am 6. Oktober eine Presseerklärung zu der Eröffnung der neuen NATO-Kommandozentrale in Rostock, in dem die Anzahl der dort tätigen schwedischen NATO-Offiziere konkretisiert und explizit von Stationierung gesprochen wird. Zitat Das Personal in Rostock besteht aus verbündeten Nationen rund um die Ostsee und seit Anfang Oktober sind nun neun schwedische Offiziere anwesend. Das schwedische Personal wird als NATO-Offiziere dienen und über Makrom, Elliot Maritime Command, operieren. Die schwedischen Offiziere werden zwei Jahre lang stationiert sein, bevor sie mit neuem Personal wechseln. Im Laufe der Zeit wird der schwedische Beitrag voraussichtlich auf etwa 20 Personen anwachsen. Zitat Ende Vorgehen bricht auch den Einigungsvertrag Dieses Vorgehen von NATO und Bundesregierung bricht nicht nur mit dem 2-plus-4-Vertrag, sondern in Folge auch mit dem Einigungsvertrag vom 31. August 1990. So schreiben die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages in einer juristischen Ausarbeitung mit dem Titel zum Rechtsrahmen für die Stationierung ausländischer Truppen in Deutschland folgendes. Eine Ausnahme sieht allerdings Artikel 11 Einigungsvertrag für bestimmte, ausdrücklich im Anhang aufgeführte Abkommen vor, die zwar ihre Gültigkeit behalten, die aber auf das Gebiet der alten Bundesrepublik Deutschland beschränkt bleibt. Nach Anlage 1 Abschnitt 1 Nummer 3 des Einigungsvertrages gehört hierzu auch das Stationierungsabkommen von 1954. Hintergrund ist, dass im sogenannten 2-plus-4-Vertrag vorgesehen ist, dass ausländische Truppen nicht im Beitrittsgebiet stationiert werden dürfen. Artikel 5 Absatz 3 Satz 3. Zitat Ende Im Einigungsvertrag heißt es hierzu auf Seite 21, dass sowohl der Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland sowie das NATO-Truppenstatut und die Zusatzvereinbarungen zum NATO-Truppenstatut nicht in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in dem Teil des Landes Berlin gelten. Neben dem neuen Hauptquartier in Rostock plant die NATO auch die Errichtung eines sogenannten Deployment Hub, einer militärischen Logistikbasis auf dem Gelände der ehemaligen MV-Werften. Von dort aus sollen nach Wunsch der NATO große Mengen an Soldaten, Munition und Kampffahrzeugen jederzeit und schnell verlegt werden können, insbesondere ins Baltikum und nach Skandinavien. Die OZ schreibt hierzu Von Ersatzteilen über Panzer bis hin zu Raketen. Das Bündnis müsse im Krisenfall schnell und in großen Mengen Truppen nach Skandinavien oder ins Baltikum verlegen können. Hunderte Soldaten aus verschiedenen NATO-Staaten könnten dafür nach Rostock verlegt werden. Zitat Ende Auch dies wäre fraglos ein Bruch von 2 plus 4 und des Einigungsvertrags. Volksbegehren als Ausweg? Es wäre zunächst am Souverän, also an den Einwohnern von Mecklenburg-Vorpommern, sich bei ihrer Landesregierung dafür einzusetzen, dass zumindest diese die genannten Verträge einhält. Eine Möglichkeit wäre etwa die Durchführung eines Volksbegehrens, welches die Landesregierung in Schwerin dazu beauftragt, via Gesetz für die Einhaltung des 2 plus 4 und des Einigungsvertrags zu sorgen. Denn in der Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern sind direktdemokratische Elemente wie Volksbegehren und Volksentscheid in Artikel 59 und 60 festgeschrieben. Ein solches Volksbegehren muss von mindestens 100.000 Wahlberechtigten innerhalb von 5 Monaten unterstützt werden. Nimmt der Landtag den entsprechenden Gesetzentwurf eines erfolgreichen Volksbegehrens nicht innerhalb von 6 Monaten an, würde es automatisch zu einem Volksentscheid kommen. Ein Gesetzentwurf gilt durch Volksentscheid angenommen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden mindestens aber ein Viertel der Wahlberechtigten diesem zugestimmt haben. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit.